Herzlich willkommen zu diesem Tutorial, in dem es um das Buchen von Gruppenarbeitsräumen in der Universitätsbibliothek und um ein paar Informationen drumherum geht. Um schnell in das Buchungssystem zu gelangen, nutzen Sie auf der Startseite der Universitätsbibliothek unten rechts den Link Gruppenarbeitsraum buchen. Welche Räume wann gebucht sind, sehen Sie jetzt schon in der Kalenderübersicht. Um eine neue Buchung anzulegen, müssen Sie sich anmelden. Studierende der Freien Universität können sich hier mit ihrem FU-Account anmelden. Andere Nutzende können die Räume nicht vorab reservieren, aber freie Räume am selben Tag nutzen. Dafür wenden Sie sich an die Mitarbeitenden im Informationszentrum. In der Kalenderübersicht können Sie nun das gewünschte Datum auswählen. Wählen Sie anschließend aus, wann die Buchung bei welchem Raum beginnen soll. Im Formular Eintrag hinzufügen geben Sie Ihrer Buchung im Feld Kurzbeschreibung einen beliebigen aussagekräftigen Titel. Das Beschreibungsfeld müssen Sie nicht ausfüllen, können hier aber Anmerkungen einfügen. Anschließend können Sie die Länge Ihrer Reservierung anpassen. Für die Dauer der Benutzung gibt es keine Beschränkungen. Jedoch kann ein Nutzender immer nur einen Raum pro Tag reservieren. Die beiden grünen Häkchen bestätigen, dass es keine Konflikte mit anderen Buchungen gibt und Sie können Ihre Reservierung abschließen. In der Gesamtübersicht sehen Sie nun Ihre Buchung und erhalten zeitgleich eine Bestätigung per E-Mail. Dieser Nachricht können Sie nochmal alle wichtigen Informationen entnehmen. Den Schlüssel für einen gebuchten Raum erhalten Sie im Informationszentrum der Universitätsbibliothek. Dort sollten Sie auch diese Bestätigung vorlegen können oder mindestens den Titel der Buchung erinnern. Erscheinen Sie nicht rechtzeitig, verfällt der Reservierungsanspruch nach 15 Minuten. Und der Raum wird für andere Nutzende freigegeben. Wenn Sie vor Ihrer Buchung noch ein paar Informationen über die Ausstattung der Räume erhalten möchten, können Sie auf unserer Website unter Arbeitsplätze den Punkt Gruppenarbeitsräume aufrufen. Die Fotos in der Slideshow vermitteln einen Eindruck von der Möblierung. Hier ist auch nochmal aufgeführt, welche der Räume mit Smartboards ausgestattet sind. Eine Auswahl an Verbindungskabeln, mit denen Sie Ihren Laptop oder ein Tablet anschließen können, erhalten Sie im Informationszentrum. Es gibt auch Räume ohne Smartboard und einen Multimedia-Raum, der mit einem internetfähigen Fernseher, mit Blu-ray-Player sowie einem angeschlossenen Bibliotheksrechner ausgestattet ist. Dieser Raum dient vorrangig der Nutzung der Zeitzeugenarchive. Reservierungen hierfür gelten deshalb immer nur unter Vorbehalt. Unter Infos zur Raumvorgabe ist nochmal aufgeführt, was am Anfang schon zum Buchungsvorgang gesagt wurde. Den Grundriss der Räume können Sie hier vergrößern und sehen dann auch die Positionierung der Smartboards und Möbel. Für die Entscheidung für einen Raum kann ja auch der Stand zur Sonne interessant sein. Auf dieser Seite hat man vormittags mehr Sonne und in den Räumen 118 d, f und h scheint die Sonne am Nachmittag eher stark hinein. Soviel zu den Gruppenarbeitsräumen in der Universitätsbibliothek. Neben diesen Räumen gibt es übrigens auch noch Gruppenarbeitsplätze mit unterschiedlichen Benutzungs- und Reservierungsbedingungen in der Campusbibliothek, in der Bibliothek Rechtswissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaftlichen Bibliothek, in der Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien, in der Bibliothek des John F. Kennedy-Instituts, in der Philologischen Bibliothek, in der Veterinärmedizinischen Bibliothek und in der Geowissenschaftlichen Bibliothek. Vielen Dank für Ihr Interesse!